So, am Rand von Karkarow, oder Karkarow besser gesagt. Ja. Oh, super, da krieg ich wieder volle Ladung ab. So geil. Oh, let go funny. Richtig typische COD-Stimmung. Komm hier nicht. Alter, mach Platz, du Fettsack. Yo, ist klar. Ey, warte doch mal ab hier, ey. Hab ich, hab ich. Oh, leck mich am Arsch, du scheiß MG Ding. Ich krieg Plagg, ey. Na, komm du noch mal ans Fenster. Ich da oben, krieg ich auch. Ach, das sind unsere Tanks, ey. Alter, das erinnert mich wieder voll an... Oh, Panzertvorfahrt. An... Äh, Reistag-Eroberung. Oh, fick dich, Alter. Ach ja, sicher, von hier wieder. Ja, ey, ich krieg Plagg. Lauf doch und mach Platz, du scheiß... Nein. Junge. Geh da weg. Schon mal was zugesagt. Okay, treffen kann ich auch nicht. Ah, Junge, Junge, Junge. Ja, ja, du bist gut, ey. Du bist gut, ey. Ah, hier kannst du nix machen, ne? Ich hab' ein Fernglas. Soll ich denn da mit, ey? Gib mir das. Ah, Junge. Leckt mich an, du süßer. Oh, wir hätten hier wieder geschossen. Irgendwo ein paar Medipacks. Ach, Medi... Ja, doch. Nee, ich lauf hier, glaub ich, wieder... Falsch. Äh. Ah, MP40, jede Menge. Ja, guck an. Wir bräuchten jetzt noch ein bisschen... Energies. Na gut, stimmt, man. Du kannst dich auch bewegen. Ach, nee, du bist... Wo wollt ihr alle hin, ey? Die hauen ab, die gehen zurück. Oh, du wirst nur One-Shot. Wo zählst du hin? Lass es sein. Ach, ja, sicher, ey. Komm ich nicht draußen, weißt du das? Ich glaube, wie meint da so ein Tank? Ja, hier stehst du gut. Wann mal, was machst du da mit deiner Knarre? Energie! Boah, erstmal speichern, ey. Leck mich an die Füße, ey. Äh, Spül gespeichert, ja. Boah. Aha, ja. Oh, Artillerie. Oh, Artillerie. Ich kann bald Artillerie machen, du da, du da. Hallo, sind hier. Ach, ja, sicher. Geht grad ganz schlecht. Da müssen wir noch ein paar Deutsche töten. Oh, drei war das, ne? Ja. Fünf, drei, fünf, vier, sechs, fünf. Ach. Das war schon. Das ist ein scheiß MG, ey. Ach, ich muss wieder zurück. Ja, guck an. Oh, Alter. Komm, beweg dich, Olle. Um den ganzen Tag Zeit. Och, ja, super. Wer war das? Ach, du Kacke, Alter. Du warnst es ja nicht. Na, guck mal an. Hier können wir auch hin. Hallo. Hallo. Ich muss schon mal gar nichts. Bleib da liegen, du altes... Ja, erstmal sprechen. Wird mir hier langsam ein bisschen tricky. Okay. So. Haben wir etwas Energie... Wo bist du denn tot? Ach, du bist ein Deutscher. Ja, aber wo? Feuer! Meinst du, was die jetzt pölen hier? Boah, nice, ey. Uh. Ach, ja, sicher. Wie wär's mal mit hier so'n... ...schönen, leckerem, saftigen Medipack. Ach, nö. Genau deswegen geh ich da nie rein. Alter Vater. Ob geh ich jetzt nur lang... Ach, Herr Sür. Guckt euch den Spaß an. Hey. Medipack. Energie, speichern. Aber sicher, ey. Das wär's nur gewesen. Ja, warte mal. Erstmal muss ich hier mal... Ach, ich kann doch nichts machen. Oder von hier? Ganz schlechte Idee. Oh, Ferdinand da unten. Guck, guck, wo ist der? Wo ist er denn? Hier bin ich. So, wir müssen wieder nach unten, ne? Eieieiei, der geht ja bis hier hin, ey. Wir müssen nach Hauptgruppe zurück, um in die Stadt vorzudringen. Mhm, kann man machen. Wer füllt denn hier? Ach, du Kacke. Jau, jau! Was ist das los, du bist hier zurückgeflogen? Ach, wow, wow. Warum mach ich mir eigentlich die Mühe? Oh, wie er geflogen ist, ey. Und er rennt da auch ein. Alter, kommst du denn her? Warte mal, du musst warten, bis du dahinter bist. Da ist er wieder. Ah. Uh, Energie. Guckt mal, einer, ähm... Oh, oh. Und gütiger, ey. Wo lauf ich denn hier? Darf ich hier lang? Chill mal. Wo ist denn hier... Ach, super. Och, ja, sicher, Alter. Wo ist denn hier ne Panzer raus? Kannst du mir das mal sagen? Jungen, ich benötige... Ist hier ne Panzer... Ja, sicher. Wo ist er denn? Nicht abhauen, ich komm gleich wieder. Ja, eine Krise noch. Wag es dich. Warte doch mal. Macht der schon kaputt? Ich möchte aber gern mein MP40 wieder haben. Uh, nehm ich eine so mit. Kann ja nicht schaden, ne? Speichern. Nicht vergessen. Aha. Ach, hier kommen wir gar nicht durch. Ja, super. Boah, den hab ich sogar getroffen, ey. Oh, die Knarre pölt aber auch rein. Alter, Vater. Was träumt der Führer von, ey? Los, los! Yo, yo! Achtung, Sprengung! Haha, Achtung, Sprengung, sagt er. Und wirft das Ding meterweit. Kann jetzt sein, dass hier irgendjemand verbrennt? Oh, Flummenwerfer, man. Leck mich am Arsch, ey. Yo, klar. Wie soll ich das denn machen? Yo, klar. Lass mich mal durch hier. Du lässt mich in Ruhe. Dankeschön. Ja. Pass ich hier? Ne, pass ich nicht. War ja gleich fette Ding. Mh, da oben, ne? Uh, ich hab meine MP40 wieder. Ja, jetzt erst mal einen Schluck nochmal hier. Ja, Herr Kommissar, ist schlecht im Feuer gekümmeln. Hier rum zu lungern. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Äh. Na ja, sicher, Olle. Hätt mich hier mal wissen, wie du mich triffst, ey. Oh, ja, sieh ja, Alter. Das war Fail. Das nenn ich mal Fail. Lauf zu kurz, ey. Ganz ehrlich. Kann ich mich echt nie konzentrieren. Da oben ist doch hier jemand. Komm da runter. Ich weiß, dass du da oben bist. Ist auch noch ein Lump. Kriege nur nicht. Okay. Der ist tot. Okay. Okay. Hallo. Ach, ach. Ach, das sind meine alles. Okay. Hier oder was? Was unten bleiben? Wo bist du denn? Ach, hier. Ja, guck mal einer an. Na aber. Hier in die Bude rein. Oh, nö. Oh, nö. Hier ist alles am burn, ey. Da stimmt doch einer. Sieht man gar nicht, ey. Fürste. Naja, kann man machen. Aber er ist ein bisschen heiß hier, ne? Aha. Hallo. Wow. Ach, das sind unsere Jungs. Ich hab Angst. Ich trau mich doch nicht alleine hier. Muss ich dann hin? Wow, wow. Wow. Wo kommst du denn her, Alter? Hammer. Uh, das ist die beste Waffe, finde ich. Ja, eine Feuerrate, ey. Was hat denn? Guten Tag. Warum sich hier kein... Alter, ich bin verwirrt. Jetzt geh ich mal hier... Ach, ja, sicher, Alter. Schnauze. Er lebt noch. Ist es denn die Möglichkeit? Oh, wie sie einfach mal um die Ecke schießen und treffen, ne? Warum nicht? Oh, Leute, ich muss ja weg. Machen wir Platz. Wie mache ich das jetzt? Wo hältst du jetzt die Fresse? Wo denn? Alter, ich seh nix. Hm, 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 hm. Wenn ich mal wenigstens was sehen würde, wenn ich hier anschießt oder so, ne? Ach, da unten ist die Hölle los. Da hinten ist... Oh, warum, ey? Wenn ich jetzt noch was sehen würde, wäre das an und für sich ja nicht schlecht, ne? Muss ich hier runter? Besser einer, ne? Mhm. Alter, wo denn? Jo, ich glaube auch. Kommst du da unten hin? Kannst du mir das mal verraten? Hier war doch noch ein Medipack, oder? Habe ich das schon wieder verspachtelt. Ach, ich muss hier runter. Wo? Kann hier sein. Ich seh dein Schlippi. Nachladen. Wow. Nee, hier muss ich nie lang. Hier vielleicht hoch und dann... Hallo? Ich bin doch kein Russe. Ich bin auch Deutsche. Hallo? Hallo? Hier muss ich lang. Hm. Wartbewegung. Hier ist doch alle dann burn, ey. Ah. Schick, schick. Ach. Ich sag bloß, jetzt muss ich... Ach, da kommen sie alle schon. Äh, ich speichere mal. Und mache ein kurzes Poescape.